Das ist ein tolles Reaktion mit Philippe Ja, das ist ein tolles Reaktion mit Philippe Oh nein, Philippe! Ich habe dich! Yo, yo, yo! Was geht? Euer Quickie hier Willkommen zu einem neuen Video und einer weiteren Episode von Road to Grandmaster Ich habe immer gedacht, ich würde einfach mal einen Live Commentary machen dazu Ich würde einfach mal ein Spiel suchen und mal gucken was wir da so finden Ich hoffe natürlich ich finde jetzt ein paar Spiele, weil es ist ziemlich ziemlich früh am Morgen Mal schauen, mal schauen Ah, da haben wir doch schon was Hardpoint auf Horizon Ich mag ja die Map gar nicht Aber mal schauen So, was haben wir da für eine Klasse? Ball mit Quick Throw Ball mit Quick Throw in Red Door Ball mit Quick Throw in Red Door Aber Holy Moly Ich habe da wieder ein Kimbo an Na, wie sieht Nice Shard schon mal Oh nein Hey Hardpoint contested Man, 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 man No, man Halt Tja 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 Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Alter, ich bin nur zu dritt, jetzt bin ich für die Superlines. Ich spiel, ich spiel alle schön aufs Hardpoint. Nein, ich spiel. Ich würde einer tönen würde. Hm. 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 Enemies UAV involved. Hardpoint contested. Hardpoint has moved. Hostiles have captured the Hardpoint. Come on boys. Hardpoint contested. Fuck. Hardpoint contested. Komm ich stand für dich, brother. Hardpoint contested. Catch you and hold the Hardpoint. ... ... ... ... … ... ... ... icular wie wir dasreffen... oh mein gott also nicht so was bitte nicht ich weiß nicht ich habe keine kleinen Hotspoten es ist wie ich verbegebläder bin nicht so wie es urgespoten konnte ich verstehe es ist nicht so wie ich Die Hardpoint ist ours. Friendly UAV, above. Hostiles haben die Hardpoint. Die Hardpoint sind in den Hubschrauben. Ja, ich will die flinken. Auch nicht. Kommt Jungs, geh mal ins Hardpoint hier Super Super Und er ist natürlich unsichtbar Geil, Lomatico Fuck, ich kann mich hinlegen oh Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin ja auch nicht komplett durch gespielt. Ja geil, 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 geil. Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin ja auch nicht. Oh, ich kann es nicht mehr geben. Oh, und das ist in der Sentry gun. Komm, komm, komm. Es gibt irgendeine Drohne rum, alle. Irgendein Gerät. Die Drohnen können ja heutzutage schießen, alles möglich. Das sind in der Zwecke. Die Drohnen können sie für den Drachen bekommen. Diener der Drachen. Okay, mit der Drachen! Tja, leider verloren, die ganze Zeit zu dritt, keiner ist nachgejoint. Was willst du da machen, ne, was willst du da machen? Gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Live-Kommentary gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode, haut rein, euer Quickie.